Yo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer, wir sind gerade dabei, den Hasen zu fangen, wo ist er denn? Hase, da bist du, komm, ich fang dich jetzt eiskalt, haha, eiskalt, haha, haha, so, komm her jetzt, du oller Sack Ja, ja, da haben wir ihn auch, jetzt hab ich doch das Ding, ja, das, das war leider nicht das, was ich machen wollte Das war nicht der Stern, den ich haben wollte, ja, das ist doch, ist doch auch schön Ja, können wir wohl nochmal ins Level gehen, ne? Oh Gott, Mario, aber ey, wir haben das Level nochmal gemacht, ey, komm, warum nicht? Na gut, die haben sich also nur gefetzt, so, und Marvin war halt auch einer, also mit dem verbinde ich im Grunde nur schlechte Ereignisse Da ist nix Gutes, ja, das ist traurig, aber ich hab's glaube ich schon mal erzählt Und es handelt sich um die Pokémon-Karten-Geschichte Und zwar hat der mir meine Pokémon-Karten weggenommen Ja, das war ein herber Schlag für mich Äh, das war nämlich folgendermaßen, wir hatten, früher hab ich immer meine Pokémon-Karten mitgenommen Man hat in der Schule eben ein bisschen getauscht Und, ähm, ja Ich habe meine Pokémon-Karten, ne, guten, guten Gewissens, hatte ich Vertrauen in die Menschheit, ja? Ich hatte Vertrauen natürlich in die Menschheit, ich hatte Vertrauen in meine Klassenkameraden Ich hatte noch Vertrauen in die Welt Und habe natürlich meine Karten während der Pause in meinem Turnista gelassen Was soll denn auch passieren, hab ich mir gedacht Das sind ja alles nette Menschen um mich rum Aber der Marvin, das war kein netter Mensch Denn der Ist einfach in die Pause hingegangen Und hat mir meine Karten geklaut Eiskalt, er hat nicht alle geklaut Aber er hat ein paar geklaut Da er nicht alle geklaut hatte Habe ich das natürlich auch zuerst nicht gemerkt Da ich der Meinung war Es sind alle da Aber zu Hause Wurde mir klar Da fehlen Karten Beziehungsweise nicht zu Hause Hä, wie kann ich denn Ich muss doch jetzt irgendwie das alles vereisen Da, wie geht denn das? Sondern im Auto Meine Mutter hat mich abgeholt Und im Auto wurde mir klar Da fehlt was Da fehlen Karten Unter anderem auch meine Lieblingskarte Das war früher der Pichu Ja, das war meine Lieblingskarte Die fehlte Die war weg, Leute Und das war unfassbar schlimm für mich, dass sie weg war Weil ich habe diese Karte geliebt Und ich habe ja schon mal erzählt Dass ich eh immer so ein Ja, so eine Sympathie für Karten habe Und die gerne sammeln Wegen dem Bildchen Naja gut Die waren weg Und irgendwie Das weiß ich aber nicht mehr warum Irgendwie war mir klar Dass es der Dass es der Marvin gewesen sein musste Der hat mir auch öfter mal gedroht So, er würde mir den Kopf abhacken Oder so Weil ich hatte auch immer große Fresse Muss ich sagen Aber das war Ich habe immer große Fresse eigentlich Weil ich mir das nie gefallen lassen habe Weil ich Also ich habe mich nie geschlagen mit dem Aber ich habe immer gesagt Ja, so Aber das funktioniert so nicht Und das kannst du auch schön vergessen Oder so Und habe ihm gesagt Aber nun gut Die waren weg Und mir war Irgendwie klar Dass der Marvin gewesen sein musste So Dann sind wir zurückgefahren zur Schule Und haben geguckt Ob der Spacko noch da ist Der war natürlich nicht mehr da Der Spacko Und dann sind wir auch noch Zur Lehrerin gegangen Und haben Haben wir das gesagt Wo wir gedacht haben Vielleicht kann die irgendwas machen Konnte sie im Endeffekt nicht Da Marvin ist abgestritten hat Dass er die Karten mitgenommen hat Fuck Ja, das war unfassbar gut gerade Richtig gut Aber ich war fest davon überzeugt Dass es war Ich habe ihn dann in der Schule Darauf angesprochen Und habe ihn Hab ihn gefragt Ob er das war Nein 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 Ja Und Dann habe ich versucht Zu verhandeln Weil mir klar war Okay Die Karten sind weg Die bekomme ich wohl auch Nicht mehr wieder Weil das einfach Entschuldigung Auf gut Deutsch gesagt Ein Arschloch ist Ja Also habe ich angefangen Zu verhandeln Weil die wichtigste Karte Die mir fehlte Das war eindeutig Der Pichu Den wollte ich haben Das war meine Lieblingskarte Wie sollte ich an diese Karte Sonst noch kommen Ich hatte sie ja Ich hatte sie im Besitz Ich hatte sie in einem Boosterpack Drinnen gehabt Wie sollte ich nochmal An sie kommen Ja Und Tja Leute Dann habe ich Marvin gesagt Pass auf Mir sind egal Ich weiß genau Dass du die mitgenommen hast Aber tu mir einen Gefallen Und gib mir wenigstens Die eine Karte Zurück Ja Sag ich Die Karte Die ist wichtig Gib mir wenigstens Die zurück Wenn du schon keinen Anstand hast Die anderen zurückzugeben Und dann sagt er Ich habe die Karten nicht mehr Ja Also er hat es noch zugegeben Aber er sagt eiskalt Ich habe die Karten nicht mehr Und ich denke mir Ne Das meint er nicht ernst Und Ja Dann habe ich natürlich gefragt Wer hat die Karten denn Und dann hat er gesagt Die hat er so und so Aus der B Und das war Eine ganz furchtbare Geschichte Sollte eigentlich Mal Namen verändern Glaube ich Ansonsten kommt hinterher Irgendjemand noch da drauf Ja Ich verändere die Namen Jetzt einfach Einfach mal so Aus Jux und Dollerei Habe ich gerade Spaß zu Ähm Dann Dann kam Kam der Alessandro hatte die Ja Also der hieß nicht Alessandro Aber ich nenne ihn jetzt Alessandro Einfach so Ja Der Alessandro hatte die Ihr müsst euch vorstellen Alessandro Das war im Grunde Also Gegen den Alessandro Da war der Marvin Noch das kleinere Übel Ja Das muss man ganz ehrlich so sagen Da war er noch das kleinere Übel Weil der Alessandro Der war schon richtig hart So Und ähm Das war also ein Problem Weil der Alessandro hatte die Und ich wollte die haben Und dann bin ich zum Alessandro gegangen Und ähm Hab so Boah Boah Was war das denn Monster lag gerade hier Ich hoffe Fraps lebt noch Oder hat aufgenommen Und da hab ich ihn gefragt So ganz normal Wie man halt dann tauscht So ey Zeig mir deine Karten Hast du vielleicht Bock Irgendwas zu tauschen Gar nicht mit dem Hintergrund Also ich hab Bin gar nicht da hingegangen Und gesagt Ey du hast meine Karten Gib die her Und Ja Dann hat er mir seine Karten gezeigt Die er schön säuberlich In einer Mappe Fuck Zusammengefasst hatte Und Tatsache Da waren sie Da waren meine Karten Da waren meine Karten bei Er hat natürlich behauptet Das wären seine Und ich hab ihm gesagt Ja hier mit Marvin und so ne Kannst du mir wenigstens die eine zurückgeben Und er hat gesagt Nö Warum Ja und So Entschuldigung Dass ich das nochmal sagen muss Aber so ein Arschloch Wie er natürlich ist Ja Oder war besser gesagt Ich weiß nicht wie er heute ist Aber ich schätze mal Da hat sich nicht viel geändert Wusste er natürlich dann Dass ich die Karte unbedingt haben will Und hat mir dann angeboten Ich könnte sie ja zurücktauschen Das ging natürlich erstmal gar nicht in meinen Kopf Wie absurd ist das denn Da ist meine Karte Die mir weggenommen worden ist Und jetzt soll ich die auch noch Für teuer Geld sozusagen Zurücktauschen Obwohl es mein Eigentum ist Nun gut Ich wollte diese Karte haben Scheiße Oh Dem 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 Mario Ich wollte diese Karte haben Also musste ich Musste ich Wohl oder übel Diesen Tausch eingehen Und ich habe glaube für Also es war eine Holokarte Ja Also eine Keine Ahnung Wie nennt man das Holokarte eben Haben wir die mal genannt So ne glitzernde Karte da eben So ne Holo halt Hologrammkarte Und Man mag es nicht glauben Normalerweise Habe ich immer Tauschgeschäfte gemacht Die hießen Eine Holo gegen eine Holo Das ist Ist ja auch Gut Oder bei Pokémon gab es ja auch die Sternkarten Oder man hat zwei drei Sternkarten Gegen eine Holo getauscht Weil die Holos eben selten waren Na gut Ich habe glaube ich Satte Satte drei Holokarten Für den Für den Pichu da hingelegt Ja Drei Stück Zwei oder drei Stück Habe ich dafür hingelegt Nur um den wieder zu bekommen Ja Und ja Dann hatte ich ihn aber auch wieder halt Ne Aber das war schon echt so Das war eine furchtbare Geschichte Weil ich unglaublich an der Karte gehangen habe Ich habe die heute auch noch Ja Die Pichu Karte gibt es heute noch Und äh vielleicht Vielleicht stelle ich nebenbei Mal ein Video Auf dem Table Tennis Fehler Online Dann mit der Karte Und zeige euch die mal Ähm Weiß ich aber noch nicht Ich müsste mal gucken Ob da jetzt ein Video online ist Keine Ahnung Weiß ich nicht Aber ja Das ähm Das war schon War schon echt Einer meiner furchtbareren Geschichten Aus der Schule Mit der Karte Für euch mag das banal klingen Für mich heute klingt das auch Total banal Ja Ich heute darüber nachdenke Denke ich mir Scheiße auf die Karte Aber früher Das ist halt Grundschule Da ist noch alles anders Da ist noch alles ganz anders Nun gut Ähm Leute Ich würde sagen Wir machen dann hier Auch nochmal einen Cut Die Parts sind jetzt Ein bisschen kürzer Aber ich muss ein bisschen Vorbereiten Wegen Uni Und so weiter Und so fort Und äh Ja Deswegen werden die Parts Jetzt ein bisschen kürzer Aber dafür wird bald Ähm Vielleicht Jeden Tag ein Part Komm mal sehen Also insofern Mal gucken Aber bis zum nächsten Mal Euer Table Tennis Gamer Tschüss